So Leute, heute mal eine Challenge, denn ich schaue, versuche nicht zu lachen, Herausforderung unmöglich. 98% der Leute sollen da wohl verlieren, ich bin super gespannt. Die meisten, die mich kennen, wissen, ich lache fast über alles und ich bin ein sehr fröhlicher Mensch. Ich bin super gespannt, ob ich mich hier zurückhalten kann oder nicht. Denn wenn ich lachen sollte, pausiere ich das Video und mache hier erstmal 5 Liegeschuss. Ja, das ist jetzt gerade so die Challenge, der Challenge. Wir haben aus der Challenge eine Challenge-Challenge gemacht. Also Leute, beste Meme-Zusammenstellung 2022. Und ich würde sagen, let's go. Hier kommt der Pläne. Das ist Fowl. Peek at the Cat. Das ist Fowl. On your shit Das war's für heute. Ich glaube, das ist ein ganzes Stück hier. Es ist ein ganz einfaches Stück mit einem wirklich guten Geschmack. Entscheid ihr, Elan? Es ist ein bisschen großartig. Ja, warum würdest du mehr brauchen, ehrlich gesagt? Meine Beans sind bereit. Yum! Was ist ein Pflash season? Tja, du bist ein Geniist. Du bist ein Geniist. Pflash season, ja? Pflash season, ja? Halt, du bist da. Halt, du bist da. Oh! Schönen her. Ich bin die krank. Nein. Oh Mann. Das war füß. Das war füß. So, wer musste ab jetzt alles lachen? Wer musste ab jetzt alles lachen? Wer von euch? Gib zu, gib zu. Das ist mein... Aber es sah aus so... Es sah einfach aus, so doof. Okay, let's go. Sieht mir das überhaupt... Oh, scheiß. Bann ab. Oh Gott, es hat mindestens 50 Mal geknappt dabei. Mindestens hat es 50 Mal geknackt. Weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Geht einfach. Bier und... heller reif. I'm sorry to the pub. Cheers. People always get off my head, they're like, bro, why do you drive a Mano? Why do you drive a Mano? Like, bro, it's not a Mano. It's... Manoel Hey Jack, what's your gun sound like? Yeah Yo, bro, I need a napkin. Can you get me one? There you go. Thanks, man No 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 Hello? No No What? What? Is your food bowl empty? No 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 hat mich fast gekillt das schweinchen hat mich fast gekillt es hat sich es hat sich die ganze zeit aufgestaut pixel die ganze zeit denke ich mir so nicht lachen nicht lachen das schwein war richtig fies das war richtig gemein ist das so runtergerutscht aber ich konnte nie mehr ich konnte nie mehr nun der affa hat die foto in ihren rache gesteckt ich weiß nicht was daran nicht lustig ist wenn auf einmal kommt ich weiß nicht was da nicht lustig ist ok weiter geht weiter geht weiter geht nicht lange muss weitergehen so meh 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 was scuse me sir what are you listening to oh the pussycat dolls actually just released a new album what is it paper Das war's für heute. 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 Ma, can you come upstairs, that fucking cat's not in the house? Oh shit, please. Ma, can you come upstairs, that fucking cat came in the house? I'm under the bed. Ma, can you come upstairs? I'm under the bed. No, I'm under the bed. Ich habe mich gerade ein bisschen selber zum Lachen gebracht. Ich sage, es ist nicht lustig. Oh nein. Wow. Yummy. Zählt auch. Zählt auch. Ach scheiß doch drauf. Ganz ehrlich? Ich lache doch nur, damit ich zeigen kann, wie sportlich ich bin. So sieht das nämlich hier aus. Ja. Genau so. Mann. Ich habe morgen bestimmt Muskelkater. Hundertprozentig. Hä? Was? Ja. 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 Oh, das war noch mal hart. Alter. Süß. Oh, hey, hey, I forgot my wallet. Will you stay here just for a second? You'll be right back, okay? Stay there. You'll be right back. You're asleep! You'll be right back. We'll be right back. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. jo leute wie oft habe ich jetzt gelacht dreimal ich glaube dreimal was dreimal gelacht aber nicht aufgrund des clips der dann meistens kam sondern meistens war es einfach diese aufgestautheit in mir der einfach es wollte einfach raus es wollte einfach raus und ich konnte nicht mehr ich konnte nicht mehr ich das schweinchen war krass und der hund jetzt eben noch mit dem licht alter ich musste mich innerlich so zusammenreißen aber gut wie war es bei euch habt ihr gelacht habt ihr euch erwischt und wie gut fallen ihr natürlich meine wunderschönen sit-ups nee was ist das sind das sind keine sit-ups oder was sind das doch sind sit-ups oder wie nennt man das wie nennt man das noch mal push-ups push-ups ich hoffe meine push-ups haben euch gefallen und ja danke fürs zuschauen lasst gerne einen daumen hoch würde mich extrem drüber freuen und schreibt was in die kommentare schaut noch mehr videos abonniert diesen kanal ja bai 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 Untertitelung. BR 2018